Hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play F-Zero X Nun machen wir den X-Cup Und dann geht's den nächsten Part dann mit Standard weiter So 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 8, 9 8, 9 9 9 10 Das war's. Buh-Buh-Buh Einfach RANDOM! Da kann ich dieses Zeug auch nicht perfekt einstudieren! Da kann ich dieses Zeug! Untertitelung des ZDF, 2020 The final lap! 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 Hey Dammit! I won! Oh, come on! Oh, come on! Aber das war echt ne sparsame... ...Energiefeld. Also da muss man echt sparen. ...Energiefeld. ...Energiefeld. Oh! Schon wieder ganz böse zerstört worden. ...Energiefeld. 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 3, 2, 1... ...Energiefeld. 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 Ich kannsanne den Körper Ich kannsCHR Das war's für heute. So, das hätten wir erstmal mit No-Vice abgeschlossen, das ging eigentlich recht schnell und im Standard könnte es dann immer interessanter werden. Ich habe hier auch keinen Gegner angerahmt, bin einfach durchgerascht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, den Check-Up machen wir im nächsten Part. Ciao!